Und anschnallen bitte! Tommy Lee Jones, Man in Black Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr, ProSieben Es war einmal ein wunderschönes Katzenland, erfüllt von den Düften frischer Blumen und würziger Gräser. Dann kam ein Zauberer und schuf das neue Bio-Katzfresh, eine Katzenstreu, deren unvergleichliche Frische jede Katzentoilette zum Lieblingsplatz für die Katzen von heute macht. Bio-Katzfresh, Katzenstreu, so frisch duftend wie die Natur von Gimpad. Die halbe Kiste, cooler Sound. Auch angemeldet? Angemeldet? Das Ding ist so noch nicht mehr gekauft, Mann. Die EZ, schon gezahlt? Also, nächste Woche bin ich zurück. Ach übrigens, dann lässt du mich heiraten. Bye. Alles im Griff. Der Ford-Fokus. Ford. Besser ankommen. Jetzt der letzte Starter, der Führende des ersten Durchgangs, macht sich bereit, geht in den Schuhe, immer unter den Schatzstisch, er hebt ab und fliegt. Das sieht gut aus. Gut ist er weggekommen. Ich komme vom Schatzstisch, er zieht. Und was ist das? Ein zweiter Spiel. Ja, das ist Olympia im Doppelpark bei McDonalds. Was gibt denn für ein Zeichen? Und sie fliegt sich. Mit drei medaillenverdächtigen Doppel-Burgern. Zum Beispiel der Doppelfisch-Mack mit Doppelt-Fischfilet und Käse. Denn Doppelt schmeckt besser. Das ist meiner. Das ist meiner. Es war nicht. Es war doch. Nein. Spieh ich nicht mehr mit? Na und? Mama. Wenn nur einmal Ruhe wäre. In jedem Golf geht ein Wunsch in Erfüllung. Timmy hat gepupst. Wenn es sich zum Beispiel um ein Schiebedach handelt. Die meisten Genießer haben den Originalgeschmack schon entdeckt. Anbericht? Leider noch nicht. Gutfried. Die feine Geflügelwurst. Einfach unvergleichlich und original lecker. Das Original schmeckt eben am besten. Gutfried. Das Original. Erkältungszeit. Sie haben Fieber, Schmerzen und Schnupfen. Dann brauchen Sie Gripostat C gegen Fieber, Schmerzen und Schnupfen. Mit der Extraportion Vitamin C. Damit Sie schnell wieder fit sind. Gripostat C. Fieber, Schmerzen und Schnupfen. Ade. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Crunch. Crunch Chips. Für diesen Crunch. Da tust du alles. Willkommen von Kepo Dance. Die beiden haben ihn schon getestet. Und Sie jetzt Probefahren und einen von Michael Schumacher und Rubens Barrichello signierten Fiat Stilo gewinnen. Fiat Stilo. Forward Thinking. Ihre Mission werden Sie Agent. Ihr Auftrag durchqueren Sie Deutschland unerkannt. Ihr Lohn bis zu 150.000 Euro. Ihr Problem? Die ganze Nation ist Ihnen auf den Fernsehen. Stellen Sie sich der Herausforderung und bewerben Sie sich als Agent bei Mission Germany. Der neuen Abenteuershow auf ProSieben. Alle Infos auf ProSieben.de und im ProSieben-Text. Mission Germany. Agenten für 30 Tage. Schlechter kann man sich nur wirklich nicht mehr tarnen. Der Kerl ist eindeutig ein Außerirdischer. Ich will's denn nicht passen. Leck mich doch in meinen kleinen, pätzigen Hintern. Er hatte keine Ahnung, wie schleibig und schlimm es werden wird. Doch er lernt schnell. Die besten Viecher sind tote Viecher. Will Smith wird richtig cool. Man in Black. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr. ProSieben. Spielen Sie auch Lotto? Aber immer noch allein? Mit nur einem einzigen Lottoschein? Warum? Spielen Sie doch lieber 160 Lottoscheine. Ja, 160 computeroptimierte Lottoscheine. Für nur 12 Euro. Wie? Mit dem Faber-System 49 in einer starken Gemeinschaft. Und persönlich gewinnen kann jeder bis zu eine Million Euro. Gewinnen Sie mit? Diese Einladung haben Sie Dienstag im Briefkasten. Über 100 mal 6 Richtige im Lotto sind kein Zufall. Faber. Mit System zum Gewinn. Wer küsschen hat, hat Freunde. Wer freundet hat, hat Küsschen. Wer küsschen hat, hat Freunde. Wer freundet hat, hat Küsschen. Neues Spiel? Messerflüge Multiplayer mit Auto-Engine. Cube-Mapping und Phone-Shading. Alles über Online-Station. Willst du auch mal? Golf FSI. Tumble-Schaltung. Stuttified Injection. Nox-Sensor. Benzin. Direkteinspritzung. 6,2 Liter auf 100 Kilometer bei 110 PS. Willst du auch mal? Mehr Kraft. Weniger Verbrauch. Der neue FSI-Motor. 160 Lottoscheine für nur 12 Euro. Jetzt testen. Vier Wochen mitspielen. Nur zwei Wochen zahlen. Diese Einladung haben Sie Dienstag im Briefkasten. Faber. Mobilat tut mir gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Markus, deine gute Hose bitte. Du musst die heute Abend anziehen. Manche wissen gar nicht, dass Tempos stärker als die Waschmaschine sind. Typisch Tempo. Also, nächste Woche bin ich zurück. Ach übrigens, dann wirst du mich heiraten. Bye. Alles im Griff. Der Ford-Fokus. Ford. Besser ankommen. Die Sonne sticht so heiß. Ba, 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 ba. Robert. Es fließt der Schweiß. Wisst ihr, was wirklich ein Hit ist? Was denn, Emi? Die Urlaubsangebote bei T-Online Travel. Ihr könnt die Angebote der unterschiedlichsten Veranstalter direkt vergleichen. Oder ihr stellt euch eure Reise komplett selbst zusammen. Und ihr könnt sie sofort buchen bei T-Online Travel. Danke, Robert. Bitte, Emi. Deutschland geht T-Online. Gehen Sie mit. Jetzt buchen bei www.travel-t-online.de Dieser Mann hat ein Intermezzo nach dem anderen. Diese Frau ebenfalls. Und die. Der vielleicht nicht. Aber der. Neu. Intermezzo. Herzhafter Belag. Küstlicher Sauerrahm. Knusprig leichter Boden. Intermezzo. Jeder sollte eins haben. Untertitelung des ZDF. Husten, Schnupfen und andere Erkältungsbeschwerden lassen Ihr Kind nicht schlafen. Vertrauen Sie Vigvaporub. Mit Eukalyptus, um den Husten zu lindern. Menthol, um der verstopften Nase zu helfen. Und ätherischen Öl, um das Wohlbefinden zurückzugeben. Damit Ihr Kind ungestört schlafen kann. Auch wenn es nicht für Sie gilt. Vigvaporub. Die Kraft der Natur in Ihrer Hand. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie an Arzt oder Apotheker. Das neue Merci Krokant. Jetzt mit Mandeln verfeinert. Außen schokoladig, innen knusprig und rundherum köstlich. Ich hab's ganz neu für mich entdeckt. Probieren Sie das neue Merci Krokant. Mit Mandeln verfeinert. Fein, fein. Alex ist ein Schatz. Aber dieses Rauchen. Der Geruch setzt sich überall fest. Jetzt können Sie Gerüche aus Textilien entfernen. Mit Febris. Es funktioniert. Auf Vorhängen, auf Sofas und Kissen und sogar im Auto. Einfach nur draufsprühen. Febris dringt den Textilien ein und entfernt Gerüche. Sicher und zuverlässig. Ist es trocken? Bleibt nichts zurück als Frische. Hat dein Mann aufgehört zu rauchen? Febris befreit Textilien sicher von Gerüchen. Quack, Quack, Königstochter, lass mich in dein Kämmerchen. Quack, Quack. Quack, Quack, uns auf uns auch. Quack, Quack. Küss mich, Quack. Ich bin ein verzauberter Prinz. Der Joghurt mit der Ecke. Kann man klicken, muss man aber nicht. Alles Müller oder... Was? Ein romantisches Rendezvous. Endet direkt auf einem Piratenschatz. Captain Bond, 1835. Den wollen auch andere. Bring uns, du Bonnys Schatz. Eine neue Folge von Die verlorene Welt. Gleich. Pro 7. Testen Sie Ihr Wissen. Logisches Denken und Kombinationsgabe. Und lernen Sie dazu. Wie kommt das Salz ins Meer? Galileo The Game. Spannend. Spiel um Wissen. Heute, 18.30 Uhr. Pro 7. Blockbuster. Das Schicksal zukünftiger Generationen. In zwei Jahrzehnten wird es für den Menschen unmöglich sein, auf der Erde zu überleben. Liegt in Ihrer Hand. Die Mission ins Ungewisse. Wow. Wird zu Ihrem größten Abenteuer. Vernichtung aller Systeme. Denn in der Weite des Weltalls haben Sie eines vergessen. Wir haben uns verirrt. Den Weg zurück. Gary Oldman. William Hurt. Heather Graham. Lost in Space. Heute, 20.15 Uhr. Pro 7. Blockbuster. Der Sonntag gehört Pro 7. Die Geschichte geht weiter. Die Entwicklung des Lebens ist nicht aufzuhalten. Neue, unbekannte Geschöpfe erobern ein neues, unbekanntes Zeitalter. Und nur die Besten setzen sich durch. T-Rex war gestern. Die Erben der Saurier im Reich der Urzeit. Der zweite Teil des packenden Events. Nächsten Donnerstag. Und nun das Making-of unserer Erben der Saurier-Reihe. Säugetiere. Die Evolutionsgewinner. Jetzt Pro 7. Vor 350 Jahren? Aha, im Juni.